Wir sind für Erdogan. Und wer möchte keinen Erdogan wählen, verliert. Weil Erdogan ist stark. Wir sind hinter ihm. Wir sind ein Volk. Und wir sind stolz auf ihn. Wer gut gearbeitet, egal welchen Bereich, also militär, religiös oder demokratisch, egal wer gut geteilt und gut gearbeitet, dann wähle ich den. Wir sind für Erdogan. Wir sind für Erdogan. Wir sind für Erdogan.